Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen von Paraguay repräsentiert Paraguay im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem Fußballverband von Paraguay unterstellt und wird von Nelson Basualdo trainiert. Die Auswahl nahm an vier bisher ausgetragenen Conmebol Südamerika-Meisterschaften teil, wobei der vierte Platz 2006 der bisher größte Erfolg war. An einer Weltmeisterschaft bzw. an den Olympischen Spielen hat die Auswahl von Paraguay bisher noch nicht teilgenommen. Bisher spielte die Mannschaft außer gegen Mexiko und Panama nur gegen südamerikanische Mannschaften. Alle Spiele wurden auswärts oder auf neutralem Platz durchgeführt. Turnierbilanz Die paraguayische Mannschaft nahm erst einmal an dem seit 1999 ausgetragenen Frauenfußballturnier der panamerikanischen Spiele teil. Siehe auch Liste der Länderspiele der paraguayischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Paraguayische Fußball-Nationalmannschaft der Männer Paraguayische Mannschaft der Frauen Paraguayische Mannschaft der Frauen Paraguayische Mannschaft der Frauen